so hallo ich mache diesmal ein commentary also das bedeutet ich laber persönlich wollte ich das nicht aber manche leute meinten es wäre besser dann mache ich mal natürlich Lockdown die wo ich eigentlich nicht so arg mag aber wie beim letzten Gameplay schon wieder mal Lockdown aber man kann ja nichts dagegen tun ich sie jäb ich sie jäb ich sie jäb Schon ein Bullshit-Team? Schlepp doch! Schlepp doch! Du musst wieder so ein Bastard kriegen. Entschuldigung für die Kraft auf Dünke. Was macht? Oh Scheiße! Scheiße, ich bin ja schon gleich ins Spiel reingekommen. Wir verkackten gleich ab. So, lass mir hier vorne. Guck mal was ich bekomme. Ja. Natürlich, wieder so Bullshit, ne. Aber naja. Kann man auch nix dagegen tun. Mein Team ist grad irgendwie beschissen. Stell ich mir grad so auf. Naja. Kann man ja auch nix tun. Ja. Machen wir gleich mal das nächste Match. Scheiße, 4 zu 2. Naja egal. Wenn es euch gefällt das mit dem, ja, mit dem Commentary sag ich mal, dann liked mal schön. Ja. Wenn es nicht so, dann, ja, mach ich halt keine. Ja. Ja. Sekundär. Ja. Ja. Kimbo. Ja. Boah. Vielleicht bekomme ich auch bald ein Spiel. Neues. Hab zwar kein Plan welches, aber egal. Weil ich hab ja bald Geburtstag. Naja. Scheiß drauf. Bissin mal ein ganz anderes Thema, diesmal. Titel. Ich kann mich nie entscheiden. Mein Leben der Tote. Mach ich mal. Schon wieder mal so ne blöde Map, wo ich eigentlich nicht mag. Harthaut. Mag ich nicht, aber, naja. Falls irgendjemand einen PS3 hat und ein PSN-Konto hat und mit mir zocken mal will, ich heißt zufällig XXRuSniper XX. Oh. Ja. Also, ich glaub ich eigentlich ein Scharfschütz in meiner eigenen Klasse. Ja. Ja. Ich verabscheuere eigentlich ein Scharfschützengewehr, aber... Egal. Tja. Welchen Weg gehen wir? Den riskanten Weg. Epp. Gehen schon ein Double Kill? Ja. Ja. Das war nix. Dann nehmen wir mal mp7. Ja. Ähm. Frage. Schreibt mir in die Kommentaren, wie ich ein Aufnahmeprogramm wie die PS3 finden kann. Ich find irgendwie kein Aufnahmeprogramm. Ja. Weil, falls euch nicht aufgefallen ist, ich nehm ja mit meinem iPhone auf. Das ist ja auch ganz anders da, ne? Ja. Ich würd schon gerne mit nem Aufnahmeprogramm zocken, aber welches, das weiß ich zufällig nicht. Scheiße. Ich fäll grad auf, ich kack grad irgendwie ab. Naja. Na, echt mal. Oh nein. Scheiße, 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 scheiße. Der ist ein Kämpfer, fällt mir dort so auf. Ist ein geschissener Camper, ey. Der kennt nicht nur ein Spiel, der kennt zuhause, der kennt in der Schule. Der kennt ein Bett. Ich kenn ihn zwar nicht, aber... Das ist mir schon so klar. Oh naja. Ach, tja. Ja. Da. Ich hab's ja mal vor. Irgendwas wird nicht, glaub ich, erwischen. Ah, doch nicht. Aber gleich. Ja klasse, ich hab's noch gesagt, ich geh jetzt gleich was erwischen. Naja. Nehmen wir erstmal die Prey-Dade. Die Done. Ah zack. Ja hier ne gechillte Sache. Das hoff ich mal. Oder. Stirbt. Ja. Ich merk grad, Leute regen sich auf, wenn ich abknalle. Gehört mal zum Gameplay, dass ich Leute abknalle. Gehört auch dazu, dass sie mich abknallen. Entschuldigung mal vorraten. Ja. Hoffentlich tötet mich gleich keiner. Oder versuchen, hier abzuwerben. Mal gucken, was ich schönes bekommen habe. Oh, was ganz cooles. Freut mich. Ja. Dann stellen wir mal hier auf. Dann fahren wir mal Auto. Sag ich mal so. Ja. Dann kommen wir mal. Ja. Der Brothalle-Metzlar. Oh. Oh. Raketen. Raketen. Brothalle-Raketen. Wow. Ich lau zu fahren. Da ist er. Ja. Ja. Ein Dreifachabschuss. Oh. Dann schieben wir es wieder nach vorne. Dann holen wir mal ein kleiner Passerkrank. Das gibt's nicht. Meine Fresse. Er ist schon da sein. Der ist einfach. Fechen. Oh. Du hast solche Typen, die muss ich die ganze Zeit hinlegen. Das muss sogar mein Team sagen. Die legen sich die ganze Zeit hinlegen. das ist die Lehre, meine Freunde, wenn man kämpft, wird man. Wunderbar, ey. Tja, das kam jetzt unerwartet. Was haben wir hier als Koate? Vielleicht bekommen wir was. Leider Gottes hat es nicht funktioniert, äh, naja. Scheiß drauf. Dieser kleine Bastard, der stresst. Ja, hm. Fast letzter Kill mitgenommen, aber war wohl nix da zu dick. Wie zu Teufel hat da oben einer? Egal. Welche KD habe ich 20 zu 10? Ja, es geht. Ich hab' schon tausmal bessere KDs. Das war's heute mal von mir. Ja. Ja. Oh, was soll ich noch sagen? Das nächste Gameplay wird wahrscheinlich Black Ops. Zwei sein. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Das war's jetzt.